Es war ihnen egal. Sie haben es nicht mal versucht. Sie hätten reinen Gewissens den Gerichtssaal verlassen können und ich hätte mich damit abgefunden. Ich habe ein reines Gewissen und Sie beenden jetzt diese Scheiße. Ich bin doch gerade erst warm gelaufen. Wie sagte von Klausewitz, Krieg ist Politik mit anderen Mitteln. Ja, ich bringe hier alles zu Fall. Ich lasse den verfluchten, kranken und korrupten Tempel über euch einstürzen und das in biblischem Ausmaß.